Oh, du meine Güte, ein Trampolin! Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es! Tier, erfreuen Sie sich an dem Kind. Ich bin am Sonntag zurück. Vergessen Sie die Pakete nicht. Toodaloo! Ach, danke, Mom. Ich liebe es. Ich liebe dieses Trampolin. Mom, ist diese Frau eine Hexe? Eine was? Nein. Aber sie macht so Hexenzeug. Und ihr Haus sieht hundertpro wie ein Hexenhaus aus. Sie ist einfach nur kreativ, Schatz. Ja, aber was ist mit dem komischen Buchclub? Okay, das war seltsam. Aber ich bitte euch, ihr glaubt doch nicht an Hexen, oder? Ich schau mir den Stadtmarathon im Fernsehen an. Ich musste den Anschluss kündigen, um das Trampolin zu zahlen. Ich dachte, das wäre besser. Das verschafft uns frische Luft und Bewegung. Verstehst du? Du meinst, wir können auch drauf rumhopsen? Kommt schon, Jungs. Das macht Spaß. Ich hab gekuckt, Mom. Dein Essen wird kalt. Okay, einen Moment noch. Ich hab den doppelten Salto fast drauf. Oh, Mary! Hast du Könige? Nein, go fish! Okay, und Königinnen? Go fish! Das ist unmöglich. Wir haben jede Karte im Spiel angesagt. Ach, wirklich? Okay, es reicht. Go fish! Was macht dein Gipsbein, Schatz? Es sticht. Ach, ich komm mir so blöd vor, mir auf dem Trampolin ein Bein zu brechen. Hier, ich bring die Glotze zum Laufen. Dann langweilst du dich nicht so. Da geht nichts. Weißt du, was du da tust? Nicht wirklich. Oh, wir haben Empfang! Okay, gut gemacht, Chad. Schulter, Schulter, Hände wackeln. Hände wackeln! Meinen die das ernst? Glaub schon. Hände, Hände, Hände wackeln! Hände, Hände, Hände wackeln! Wow! Ihr zwei seid süß, aber ihr müsst mich nicht unterhalten. Springt auf dem Trampolin rum, dann habt ihr wenigstens Spaß daran. Ich fang hier mit diesem Buch an. Okay, schauen wir mal. Kapitel 1. Beklemmung. Ein dolles zent, da taugenichts, debattier, äh, detubierte... Klar, das sind keine richtigen Worte. Okay, Welt, was hast du für mich? Hm, das kennen wir. Oh, Miss Muschbergers Pakete. Was für eine Hütte. Okay, seltsam. Oh, was für eine tolle Anlage. Oh, nein, 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 nein. Oh, ich muss mich kurz setzen. Oh. Oh, warum nicht? Das ist ja wirklich eine ganz schlimme Sache. Das ist total cordon blöd. Ich schwör's dir, Mann. Ich hab den Jackpot geknackt. Cha-ching! Sind Zahnärzte gut für Sie? Sind Ihre Kinder schlecht für Sie? Diese Themen in den Sechs-Uhr-Nachrichten. Was? Ist es schon fast sechs? Mom, wir sind zurecht. Das hat leider länger gedauert. Wir haben hier Pizza mitgebracht. Ich hab diese Mütze gefunden. Das war super witzig. Du konntest ja nicht mit wegen deinem Bein. Tut mir leid. Ach, ist schon gut. Ich lese mein Buch. Ah, worum geht's darin? Oh, äh, ja, ähm, es, es, es geht da um einen Mann. Wow. Oh, wie wär's mit ein bisschen Fernsehen beim Essen? Guten Abend. Ich ruf dich an, Mann. Ja, warum rufst du an? Ich hab deine Nummer gesehen. Nein, bitte leg auf, okay? Wen haben wir jetzt? Ja. Guten Abend. Hi. Hallo, Schätzchen. Ja, äh, also, ich hab seit ein paar Wochen... Hey, wir können bei Miss Muschberger Fernsehen. Ich hab den Schlüssel. Äh, bist du wahnsinnig? Die dreht durch, wenn sie merkt, dass wir ihre Sachen angefasst haben. Hexenhafen, sowas. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Morgen. Wollen wir heute einen Ausflug machen? Weißt du, ich, ich glaub, ich bleib einfach zu Hause und lese. Aber, wenn du so lieb wärst, ich hab hier ne Liste mit Dingen, die erledigt werden müssen. Oh, okay, äh, die Reinigung, Autowäsche... Ja, los geht's! Wer hätte gedacht, du hast zwei Dates auf einmal, die in einem totalen Pizzaster enden. Ha, 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 ha!